KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Am 24.07.2019 kam es zu einem Großbrand einer landwirtschaftlichen Lager- und Gerätehalle in Ludwigshafen-Oggersheim. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, stand die Halle, in der landwirtschaftliche Geräte geparkt waren, in Vollbrand. Die Ludwigshafener Feuerwehr bekämpfte das Feuer von allen vier Seiten, sodass sich die Flammen nicht ausweiten konnten. Speziell der nördliche Teil der Halle schließt unmittelbar an das Maudererbruch an. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr ist noch vor Ort mit den Löscharbeiten betraut. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Verletzten zu beklagen. Metropolregion Rhein-Neckar-News wird nachberichten.